Was wir brauchen ist eine Geschichte, einfach irgendwie, irgendein roter Faden. Wir können schreiben, was wir wollen. Wir haben eine Garte Blanche. Also ich finde immer noch, man sollte einfach eine biografische Geschichte erzählen, über unser Leben hier in Hollywood. Das reale Leben ist langweilig. Du kannst einfach irgendwelche Schauspielerinnen auf dem Sinten haben, die grosse Brüste haben. Verätet nicht mehr. Ja, das ist, wenn es möglich ist. Wir bauen einen Film ein. Das ist deine Chance. Unser Geschick. Ich will das nicht machen. Es ist gross mit einem toten Mensch. Ich will nicht. Hey, sorry, warum willst du wieder tanzen? Sorry, ist auch nicht meine Chance. Hast du schon einen Blond reingekennen? Wenn du das nicht sagst. No, I don't think she understands. No, she has nothing here. Everything is there. Du hast recht, wir sind in Amerika und ich bin Ely Alia. Wat? Ja, das ist ja jod. Ich bin ja die Stulle, wa? Servus, ich bin die Freundin von Jumbo. Könnten Sie denn vielleicht auf den Boden schauen? Anstatt mich wirklich alle anzustarren, als kämen vom Planet der Affen. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Ich habe noch nie einen Toten gesehen. Erst mit zum ja. Dsn Termine fast, wir haben ja noch einen Toten gesehen. �